So, Schatz, das ist mein Vater. Oh, Hallihallo. Baba, das ist... Hä? Das ist meine Freundin. Ah, diese ist deine Freundin? Ja. Salamu alaikum. Salami, wie bitte was? Eine Salami-Pizza? Nee, danke. Wie heißt du? Maria Bockwurst. Maryam Al-Khebabwurst. Nein, Maria Bockwurst. Okay, Maryam, bist du Moslem? Nein, ich bin eine Baddy. Baddy? Welche Religion ist diese? Baba, das ist keine Religion. Ah, Maryam. Ich heiße Maria. Was ist dein Beruf? Schatz, zählt TikTok auch als Beruf? Au, da bin ich ja arbeitslos.